So oder so ist es gut, so wie das Meer ist das Leben ewige Ebbe und Flut. Heute nur glückliche Stunden und morgen nur Sorgen und Leid. Doch Neues bringt jeder Tag, doch was auch kommen mag, halt dich immer bereit. Es hat alles einen Anfang und hört alles einmal auf. Und das, was dazwischen liegt, das ist der Lebenslauf. Tag für Tag die gleiche Arbeit, jeden Leistung, kleiner Lohn. Junge Frau, zwei Zimmer, Küche und Geranien am Balkon. Jeden Montag ein paar Zahlen auf den gelben Lantoschein. Dafür kaufte er die Hoffnung für den Rest der Woche ein. Und ein bis Tag, da hatte er sechs Richtige getippt. Mit den anderthalb Millionen ist er völlig ausgeflippt. Riesenpartys, tausend Freunde, Haus mit Pool und Jaguar. Eine ziemlich teure Freundin, bis der Zaster alle war. Es hat alles einen Anfang und hört alles einmal auf. Und das, was dazwischen liegt, das ist der Lebenslauf. Doch wie dem auch immer sei, jetzt folgt Story Nummer zwei. In der Müllerstraße sieben, ein paar Treppen hinten rechts, wohnte sie allein zur Miete und war weiblichem Geschlecht. Sie erfand zwar nicht das Pulver und ihr Konto stand im Soll. Dafür waren ihre Reize aber sehr bereistungsvoll. Sie machte eine Tugend aus dieser blöden Not Mit dem ältesten Gewerbe, was sich von Natur aus bot. Als sie jung war, ging es aufwärts, sie verschlang die Konjunktur. Als sie alt war, soff sie Whisky, erst mit Soda, später pur. Es hat alles einen Anfang und hört alles einmal auf. Und das, was dazwischen liegt, das ist der Lebenslauf. Doch wie dem auch immer sei, jetzt folgt Story Nummer drei. Es ist heute noch nicht sicher, wie der erste Mensch wohl hieß. War es Adam, der mit Eva einst das Paradies verließ? War der erste Mensch ein Affe oder überhaupt ein Tier? War er friedlich wie ein Lämpchen oder war er ein Vampir? Heute fühlt er sich vollkommen als Krönung der Natur. Sein Gehirn ist ein Computer und sein Herz ist eine Uhr. Die Atome, die er spaltet, die sind nicht des Pudelskern. Langsam macht er aus der Erde einen ausgeglühten Stern. Es hat alles einen Anfang und hört alles einmal auf. Und das, was dazwischen liegt, das ist der Lebenslauf. Die dürfen auch mitsingen. Es hat alles einen Anfang und hört alles einmal auf. Und das, was dazwischen liegt, das ist der Lebenslauf. Das ist der Lebenslauf. Das ist der Lebenslauf.